Auf dem Sendeplatz des Fernsehgottesdienstes bei ErzTV wird an den verbleibenden Sonntagen ein Erntedank-Familiengottesdienst gezeigt. Am 3. Oktober begrüßt Daniel Wendrock die Fernsehzuschauer zum ersten Mal in der Heilandskirche in Lauterbach. Eine gute Tradition ist es dabei im Erzgebirge, dass die Kinder mit einziehen und die Erntegaben mit in die Kirche bringen. Dafür ist das Gotteshaus dank fleißiger Helfer passend geschmückt. Musikalisch wird der Gottesdienst vom Posaunenchor der Kirchgemeinde Lauterbach ausgestaltet. Gesendet werden die Fernsehgottesdienste bei ErzTV immer am Sonntag 10 Uhr und 18.30 Uhr. Ihr dürft dankbar sein. Musikalisch